Hey Leute und willkommen zu ARC Survival Evolve zusammen mit Nero. Ich hoffe euch gefällt das Projekt, lasst gerne ne Bewertung da und viel Spaß mit dem Video. Ich bin immer noch im Verhungern, hey. Ich tue erstmal was dagegen, dass mir kalt ist, ich mach mir gleich erstmal was zum Anziehen. Mann, das ist noch nicht fertig, das Fleisch. Hast du so dringend Hunger? Nein, nicht mit der Fackel dagegen schlagen. Ähm... Herstellen. Wie kann man sich denn ein Fleisch da rausnehmen? Eins und nicht mehr. Marcel, da bist. Ne, eins und eins ist ja... Mathematik. Baka. Ähm... Übertragen? Ja! Verbrauchen. Übertragen, verbrauchen. Also mit der Pickaxe bekommst du, ähm, mehr Stroh aus Holz. Also mehr Stroh aus Holz. Ach, mir geht es richtig gut. Haben wir irgendeinen Plan, so für das spätere Leben hier im Spiel? Äh... Willst du eine Hose? Also es gibt einen riesigen Dino, der aussieht wie ein Huhn. Das könnten... Rüdiger! Genau. Den brauchen wir. Okay, das ist auf jeden Fall ein Ziel. Das sieht halt aus wie so ein riesiges, monströses Hühnchen. Finde ich gut. Ich auch. Und genau deswegen brauchen wir den. Ich kann aufleveln. Auch stimmt, das sollte ich auch mal machen. Und wirkliches Geschick, Bewegungsgeschwindigkeit, Nahkampfschaden. Hm, was nehme ich denn? Äh... Ich bin jetzt mal auf Bewegungsgeschwindigkeit gegangen. Ich gehe auf Ausdauer. Weil ich bin da eh labaarschig die ganze Zeit. Hm, dann lerne ich mal. Ich lerne mal Schuhe und einen Hut. Lernst du die komplette Stufe 4 dann? Kann ich machen. Okay, cool. Also machen wir das dann so stufenweise immer? Ja, kann man. Könnten wir. Ich muss noch eine Plattform mehr. Ich mache mal ein 3x3 Feld fürs Haus. Ich weiß gar nicht mehr, wo das Haus ist. Hallo? Oh, wo bist du? Ach, da hinten. Ich bin dran vorbeigelaufen. Meine Art Cut. Ähm, ein paar Essensreste verloren. Oh. Rolf bei dem. Hm. Du hast den Sinn. Ich nehme mir mal Fleisch mit, so für unterwegs. Kann ich die Plattform noch bauen? Vertragen, übertragen. Ich nehme mir die Hälfte, also 3 Stück. Okay? Hm. Hast du eigentlich Durst oder nicht? Äh, ich glaube nicht. Der beschwert sich gerade nicht. Okay. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ich muss jetzt wieder mit dem Controller die ganzen Sachen machen. Warum? Keine Ahnung. Das Teil zeigt mir die Nötigsteuerung vom Controller und jetzt. Also. Ich habe nicht genug. Herstellen. Spielpunkte für den Schlafsack oder wie auch immer Punkte. Herstellen. Was brauche ich denn alles? Hast du Fasern? Äh, ne, weil ich die durchgehend für Plattformen und so brauche. Achso, okay. Aber die kriegst du, wenn du einfach in so Büschen... Ja, ich weiß, ich weiß. Nur, wäre halt schneller gegangen, wenn du welche für mich hättest, so. Aber es so regnet. Das ist so, äh. Ich gebe doch schon mein Bestes mit dem Haus. Aber je größer das... Wo bist du überhaupt? Ich gehe Fasern sammeln die ganze Zeit. Fasern ist gerade das Einzige, was ich brauche. Ja, die sind überall. Ich laufe einfach die ganze Zeit geradeaus und Spam eh. Oder kann ich eh gedrückt halten? Ne. Schade. Was, ist gerade 100 Meter entfernt? Wieso weißt du sowas? Weil es überall angezeigt bekommen, wo du bist. Oh, Mann, ich will das auch sehen. Einmal herstellen und... Ich brauche Leder, das wäre ganz gut. Ich baue uns jetzt so eine kleine Inventarkiste hin. Okay. Wo bist du? Ich bin hier. Neben dir? Neben mir, nicht neben mir? Ne, ne, ich komme zu dir. Okay, gut. Ich stelle mich ins Feuer, mir ist kalt. Ich stelle mich ins Feuer, mir ist immer noch kalt. Du bist so ein Feuer. Nein, ich bin da. Schatz. Auf jeden Fall, ich habe was für dich. Äh, ne, das war eh. Einmal das. Dann einmal das. Und einmal das. Hier. Dankeschön. Oh, guck mal direkt vor uns, ist ein Drop. Geh da mal hin. Ja, die hatte ich schon gesehen. Ja, Love Forest. Ach, der! Oh, lol, der ist ja echt noch. Ja, hinter dir war ja noch einer. Ich dachte, da war ein anderer. Zündpulver. Ich habe zwei Wasserflaschen für uns. Ich habe schon einen. Habe ich mir gemacht. Dann tue ich die andere da wieder rein. Ich glaube, ich laufe aufs Wasser zu. Stimmt, da war ja was. Kannst du die füllen, wenn du einfach ins Wasser reinläufst? Ich weiß es nicht, wie man die füllt. Ich meine, es ist auf jeden Fall noch nicht leer. Aber ich habe langsam wieder Hunger. Ich habe auch Fleisch dabei. Ich habe auch welches. Und ich habe gerade gekottet auf unseren Boden. Hey. Läuft bei dir. Und wie? Ah, nee, nicht Feuer löschen. Verbrauchen, verbrauchen. So, ich tue mal die beiden Spitzhacken hier in das Inventor. Also in die Kisten. Ich glaube, das ist schlau. Jetzt müssen wir doch eigentlich auf den Tag warten, oder? So, jetzt haben wir etwa drei Spitzhacken da drin. Wieso hast du den Köttel da reingetan? Warum nicht? Kann man irgendwie die Nacht überspringen? Nicht, dass ich wüsste. Schade. Schaden. Danke. Immer du. So, dann ist die Kiste jetzt auch voll. Wo wollen wir denn die Tür hin? Weiß ich nicht. Hm. Vielleicht. Wollen wir vielleicht erstmal nur Wände machen? Ja, deswegen frage ich ja, weil ich weiß, wo ich die... Ach so. Brauche ja einen Platz, wo ich dann die Tür hinmache. Wäre gut, wenn wir den jetzt schon aussuchen. Hier? So? Hier? Okay. Oh, warte mal. Die anderen zwei Fände wurden jetzt nicht mit in den Slot gepackt, oder? Was ist denn da in den anderen zwei Wänden passiert? Ich weiß nicht. Nur Sophie. Ach nee, ich muss da nochmal draufklicken. Ich gucke mal, ob ich irgendwas jagen gehe. Ach nee, dann erfriere ich doch. Ich glaube, selbst die Kleidung hält nicht warm genug. Hast du Leder? Nope. Okay, dann gehe ich jagen. Was bedeutet grün nochmal? Grün war irgendwie so Level 15 oder so. So ein Drop. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, dass es was bedeutet. Also, ich habe keine Ahnung. Wusste ich nie. Aber hier ist ein Lila noch. Obwohl, ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Kannst du ja nicht. Ich denke, sind hier keine... Hier sind keine Kiefer nicht töten. Ich kann nicht weiter weg. Du hast... Irgendwie ist auf dem Server eingestellt, dass ich nur eine gewisse Distanz... Warte, lauf mal nicht, lauf mal nicht, lauf mal nicht. Es gibt eine Distanz, die wir nicht überbrücken dürfen. Warum? Ich werde hinterhergezogen. Ist ja komplett bescheuert. Bei 200 Metern ungefähr. Kann man das ausmachen? Ich weiß, ich glaube schon. Aber ich wüsste nicht, wie. So wüsstest du dann bei den Server-Einstellungen irgendwie. Ja, machen wir das nächste Mal. Ich habe in unser Haus ge... Wow. Und über mich beschwerst du dich. Es liegt in der Kiste. Also wirklich, ne, bei dem guten Essen. Mein Wasserbeutel. Du bist gerade aus dem Haus. Du bist hinterher. Ist mir egal. Oh, hier sind Piranhas. Ähm. Jeff. Ja. Ich gehe einfach mal mit. Ich kann mich ja eh nicht widersetzen. Du sitzt doch schon. Kannst du aber, glaube ich, nicht öffnen, oder? Ah! Hilfe. Warte mal, warte mal. Ich werde angegriffen. Hilfe. Ich komme. Vielleicht stehe... Ich konnte gucken, Piranhas zu vielleicht. Lebst du noch? Ich fahre Hunger gerade. Mal gucken, wie ich respawne. Also, Herrber, wenn ich 30.000 Milliarden Kilometer von dir wegspawn würde. Du bist doch bei mir. Ich weiß. Aber trotzdem, stell es dir vor. Würdest du dann einfach so dahin gezogen? Ich würde eh versuchen, hinzukommen, von daher. Ich werde angegriffen. Scheiße. Hier ist ein kleiner Raptor. Dann renn weg. Ich sterbe eh gleich wegen Hunger. Nein, du kriegst mir gleich. Ich lasse mich wieder von Piranhas zerfleischen. Die kennen meinen Geschmack. Wie werfe ich den denn? Da rett ihr hinterher? Oh, ich boxe ihn kaputt. Ich boxe ihn kaputt. Hey. Der hat keinen Bock. Ich treffe ihn nicht. Und ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Oh, wie süß. Hier ist ein kleiner... Oh, ist der süß. Und ich habe ihn geschlagen. Wie konnte ich nur? Wir haben so Delfine vor der Haustür. So ähnliche. Und wir können die zähmen. Die sind so richtig nett zu einem. Brauchen wir Fisch. Ich glaube, die haben mich gerettet. Ich dachte gerade Bären eigentlich. Aber könnte auch sein. Aber stimmt. Ich denke mal, die essen Fleisch oder Fisch oder Filet. Also wenn Fische Bären essen würden, würden die doch nicht irgendwie verhungern. Da ist was dran, Dr. Ich bin gerade richtig stolz, dass ich überlebt habe. Ich weiß gar nicht wieso, wie das passieren konnte. Aber es ist gut, dass wir die ganzen Spitzhacken in unserem Haus haben. Spitzhacken? Ich habe den Speer dafür weggeworfen. Keine Spitzhacke. Ich weiß nicht, wo er gelandet ist. Ich brauche jetzt erstmal noch den Speer. So toll, jetzt darf ich wieder zum Controller greifen, weil ich sonst nicht meine Skill-Punkte verbrauchen kann. Oh, es wird heller. Das ist schön. Ah. Ich kann Narkose mit mir machen. Ja, das brauchen wir ja noch nicht. Also zwei Fleisch machen ungefähr die Hälfte vom Leben wieder. Also vom Appetit wieder voll. Okay. Oder leer. Appetit voll, Appetit leer. Der Appetit ist doch dann wieder voll, oder nicht? Ja, aber wenn du dann vollen Appetit hast, hast du noch nicht eigentlich richtig. Und hier ist ein Erdbeben. Oh. Nein! Oh! Oh! Das ist kein Erdbeben. Das ist... Das ist ein Erdbeben. Das ist... Ja. Und so endet wohl die zweite Folge. So, das war's dann wieder mit ARK. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao. Ciao.